Hallo und willkommen zum dritten Teil von den Formularfeldern. Diesmal geht es um automatische Formatzuweisung und Berechnungen in Formularen. Ja, auch in Formularen kann man rechnen. Man hat hier eine ganz normale Tabelle erst mal und ich habe jetzt hier schon entsprechende Textformularfelder gesetzt, um die überhaupt setzen zu können. Man sieht hier oben sind nicht die Entwicklertools verfügbar. Dazu müssen wir erst mal auf Dateioptionen klicken und dann bei Menüband anpassen haben wir hier die Entwicklertools. Wenn man hier ein Häkchen setzt, dann haben wir hier entsprechend unsere Entwicklertools zur Verfügung. Und was wir brauchen, sind die Vorversions-Tools, und zwar hier das ganz normale Textfeld. Können wir hier einfügen. Ja, jedes Textfeld hat eine Textmarke. Das ist der Text 1, das ist der Text 4. Das ist nachher noch wichtig, wenn man die entsprechenden Felder berechnet. Und man kann jetzt den einzelnen Feldern ein entsprechendes Format zuweisen. Ich kann jetzt also hier zum Beispiel sagen, nicht normaler Text, sondern Datum, und kann dann auch ein entsprechendes Datumsformat setzen. Also Tag, Monat und das Jahr vierstellig. Das mache ich hier unten auch. Datum. Ich könnte sogar auch ein aktuelles Datum setzen lassen. Dann wird es hier automatisch ausgefüllt. Aber ich mache jetzt mal nur das Datum mit dem entsprechenden vierstelligen Format. Okay. So, jetzt möchte ich hier noch die Anzahl haben. Dazu sage ich Zahl. Ich kann das Zahlenformat auch bestimmen mit Kommastelle oder einstellig. Ich kann auch die Länge begrenzen. Ich könnte sagen, das darf nicht länger als vier Zeichen sein. Das ist die Textmarke 3. Und was wichtig ist, Anzahl. Hier werden wir nachher rechnen. Also sagen wir hier beim Verlassen berechnen. Man sieht auch schon, das Textfeld ist kleiner geworden, weil wir gesagt haben, hier dieses Textfeld darf nicht weiter als vier Stellen reichen beim Verlassen berechnen. Okay. So, jetzt haben wir hier noch ein Textfeld. Hier sagen wir Zahl als Eurobetrag. Das ist die Textmarke 5. Wieder beim Verlassen berechnen. Und wir haben hier auch wieder eine Zahl. Zahlenformat Euro. Und beim Verlassen berechnen. So, probieren wir mal aus, ob das schon funktioniert. Man muss jetzt die Bearbeitung einschränken, also das Dokument schützen. Und was wichtig ist, dass man hier Ausfüllen von Formularen zulässt. Sonst kann man hier nichts eintragen. Und dann sagt man hier Schutz anwenden. So, wenn man jetzt hier was eingibt. Fünf. Genau, also mit der Tab-Taste, wenn man dann in ein anderes Feld springt, dann wird das entsprechend berechnet. Hier die Anzahl. Genau, wenn ich hier mehr als fünf Stellen gehe nicht. Und das Datum, wenn ich hier sage 24. 24. Februar, dann wird hier automatisch das ganze Datum entsprechend mitformatiert. Also egal, ob ich es gleich so eingebe oder in der kurzen Fassung. Es wird automatisch in das entsprechende Format gebracht. Gut, jetzt berechnet sich aber hier noch nichts. Das müssen wir jetzt machen, indem wir den Schutz aufheben. Wenn wir den Schutz aufheben, bleiben unsere Formularfelder gefüllt. Und jetzt kommt hier eine Berechnung. Also wir haben jetzt hier keine Zahl, kein Datum mehr, sondern eine Berechnung. Und wir sagen hier, wir brauchen die Anzahl. Das ist der Text 3 mal, also 3, 4, 5 mal Text 5. Und beim Verlassen berechnen. Das Zahlenformat können wir ebenfalls wieder auf den Euro setzen. Und man sieht hier schon, wird automatisch berechnet. Okay, nochmal Schutz anwenden und löschen hier was raus. Dann wird es sofort weiter berechnet. So, ich schalte den Schutz wieder aus. Hier füge ich das ebenfalls nochmal ein. Berechnung, Zahlenformat Euro und Berechnung ist hier. Das ist der Text 4. Mal dem Text 6. Und wieder beim Verlassen berechnen. Ja, okay. Vielleicht halt Schutz anwenden. Vielleicht setze ich hier mal die Anzahl etwas runter. Dann haben wir hier ein bisschen kleineren Betrag. So, was noch fehlt, ist die Summe. Das können wir ebenfalls machen. Wir haben hier wieder eine Berechnung. Wir haben das Zahlenformat Euro beim Verlassen berechnen. Und hier können wir einfach Folgendes machen. Hier haben wir dann den Text 7 plus Text 8. Okay. So, Schutz anwenden. Und jetzt lässt sich das Ganze ausfüllen. Also drei Tab-Taste und es ist sofort berechnet. Und jetzt natürlich ist das gleich겠ECT. So, es wird siehtlässlich. So, ich kann es draufstechen. So, wenn die Bünge erzählt. So wird das mit mir gesungen Network. So wirdその Dachれ家ier unterstützt. So wird's hurricanes beschlympiert. So ist das nicht ungefähr bei uns? thuひ treats vibrant. So ist das nah so weit snapshot.